Für alle, die hier zugeschaltet haben, wir spielen The Walking Dead, ein wunderschönes Spiel, Overkill The Walking Dead, ist nicht so emotional wie Telltale, aber hier trotzdem spaßiger Titel mit so Base-Building und allem drum dran und der Gerrit ist hier die wunderschöne Heather und der gute Toto ist der Aiden und ich bin die Maya, Biene Maya und wir haben alle so Spezialfähigkeiten und nur es geht, würde ich sagen, guck mal. Seid ihr bereit, Freunde? Ja, da ist, da ist auch wieder ein, der vierte, ja. Ja, Engerfist, wir spielen nämlich recht spontan, deswegen haben wir jetzt nicht nur einen vierten Mann dabei und da kommt ein Random dazu, ein Zufalls-Mitspieler, Engerfist heißt der gute Mann, Grant 02, spielt der. Die Maya ist auf jeden Fall spezialisiert auf so Schusswaffen und das Spiel, ja, ich hab jetzt eine Runde Mini gezockt mit den Jungs mal und noch keine Ahnung und die Jungs tun so, als wären die Profis, haben wir selber keine Ahnung, ne, der Gerrit und der Toto, weißt du? Wow. Naja, die Schlinge kennt ihr ja so oder so, die muss ich euch ja nicht vorstellen. Und heute geht's auf ins Gefecht hier bei The Walking Dead, ich muss ja sagen, ich bin ein riesen Walking Dead Fan. Oh, oh, das Intro. Food and supplies in D.C., if you know where to look, you can keep the locals off your back. Walkers and humans alike. It didn't take long before another family came for what was ours. Made us an offer. If we signed on, they'd only take half of our food and whatever else we'd scavenged. I told them they could leave the way they came. Now, now, they said, they didn't want to have to use force. I said, good, because we didn't want to have to kill them. And that shook them a little. So they backed up and backed out. But not for long. See, Cowards, they prefer others to do the fighting for them. But I didn't know, how far they'd go, until those first Walkers appeared. Ach, du heilige Scheiße, Leute. Ja, und im Spiel, wie gesagt, geht's vor allem um Zombie-Mads. Ein bisschen Dead Island-Style hat's auch. Und noch eine Info ist noch die Beta. Das wir die Tore reparieren und alles, ne? So, ja, wie machen wir das denn? Also, ich hab jetzt, man kann, guck mal hier, siehst du da, wo die Bretter stehen? Also, man kann sich jetzt voll den Krempel holen, aber ich hole mir jetzt auch jede Menge Munition. Neue Bretter holen und sowas. Ah, Bretter, okay. Und damit reparierst du halt hier diese Tore. Also, wir müssen jetzt hier diese Basis verteidigen vor Zombie-Horden, die jetzt reinpressen, vor Beißer-Horden, die wir aus dem Film, Fernseh, Funk und was wir immer kennen. Okay, und die sind ja richtig mies. So, nehm ich nochmal ihr Muni mit gerade. Und ich hab jetzt Bretter, okay, die sollten man natürlich alle nehmen nach Möglichkeit. Ah, lass uns mal einen Rückzugsplan schmieden, wenn die da irgendwie die Bretter da durchforsten. Okay, man kann den Stacheldraht auch überall hinlegen. Kann man hier Stacheldraht hinlegen? Habt ihr alles schon hingelegt, ne? Okay, jetzt komm, jetzt geht es nicht mehr. Verdammt, ey. In der Alley, Walkers. In der Alley hier vorne, kommen die? Bei der Alley? Von the last of us? Ja, bei Alley hier. Okay, die brechen durch. Verdammt, das geht aber schnell. Boah, ich hab mir keinen Plan, ne? Er ist ein bisschen wie Left-Nor-Dead natürlich auch. Ja, guck mal, ich halt den mal ab. Wir sollten an einem Tor bleiben, erstmal dann. Ich hab keine Bretter. Danke. Ja, mega. Jetzt wieder zu. Neue Bretter holen. Oh, scheiße, die sind jetzt auch drin. Jetzt brauch ich Munition mal. Hier kann ich mir was rausgeben. Ne, scheiße, keine Muni. Da vorne gibt's Munition. Ich hab noch ne Pistole am Starten, das ist nie auch gar nicht gut. Verdammt, warum nimmt sie sich... Jetzt hat sie's mir nie genommen. Geil. Hacklen die alle ab? Na gut, dann probieren wir jetzt mal den Samba zu tanzen hier. Solang es noch geht. Okay, die Kampf. Sparen wir jetzt Muni ein bisschen. Den Muni ist halt rar gesät. Oh, ja, ja. Nice. Die Moves sind aber schon cool, oder? Ja. Nein. Ist ja noch das erste Level jetzt. Ja. Die anderen sind dann richtig heftig, oder was? Ja, das ist richtig spaßig. Verdammt, ja. Boah. Kann doch nicht gut gehen, doch. Wir müssen das Tor reparieren. Oh, verdammt von hinten, Jungs. Achtung von der Seite. Ich liege, ich liege. Schnell, helft mir. Boah. Das war knapp. Weiter. Ich kann nicht aufstehen. Die knabbern an mir. Nicht, dass ich zum Beißer werde. Cool. Wie lange der an mir knabbert, kann ich nichts machen. Haut sie weg. Haut sie weg, Jungs. Ja, Mann. Muss mir, glaube ich, hochhelfen, oder so. Oh, scheiße. Aber hinten liegt die auch schon drin. Ach, du Kacke. Toto. Ja, Mann. Ja, Mann. Sehr gut. Und sie am Boden. Ja, ich kann die noch nicht. Okay, ich knall die ab. Oh, du lade nach. Was aber geil gemacht. Wow. Danke, Mann. Das war enger Fist. Herz drauf. Oh, fuck. Sind die jetzt nicht, ey? Verdammt. Wieder zwei von den Bissern. Ich habe aber auch einen Bech. Ich kriege schon wieder, Leute. Von hinten greifen die mich an. Oh, Mann, ey. Ist das kackenschwer. Ich komme zu dir, Gerrit. Ich gehe jetzt drauf, glaube ich. Pass auf, pass auf. Und wenn ihr noch irgendwie abzeiht. Tor ist zu. Sagst du? Ja, man muss sich früher zurückziehen, ne? Können wir noch helfen, Jungs? Nee, ne? Wo bist du? Liegst da? Ich versuche, jetzt schon zurück und nach oben zu kommen. Da sind aber auch einige. Wenn sie nicht auch schon hier oben sind. Ich weiß nicht. Ich muss gucken. Hilfe. Ich bin unter dir, Gerrit. Weg. Engerfist ist da. Engerfist ist der Held hier, ey. Ja, Mann. Scheiße. Danke, Mann. Boah. Ohne den werden wir, glaube ich, aufgeschmissen. So, ich ziehe mich mal kurz zurück, ey. Muss erst mal wieder Muni sammeln und ein paar Bretter und so. Wir müssen noch reparieren. Klingt ein bisschen komisch, dass man nicht so richtig animiert sieht, dass man was in die Hand nimmt und irgendwie sich einsteckt. Weißt du, was ich meine? Es fehlt so das Signal, ob man jetzt was hat oder nicht, wenn man sich da in Ammo nimmt und sowas willst du? Ja, ja, ich weiß nicht, ja. Rechts, warum müssen wir ihn reparieren? Vektor, oder? Nee, es sind alle, 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 okay, es kommt Welle 2. Wo sehe ich denn, was ich habe? The back gate's open. Repair it or roll it. Oh, die Mauskarte. Hm? Meinst du Waffe wechseln oder was? So, was meinst du? Ach so, das... Ich wusste mich mal gerade neu aus. Ja, man sieht ja nicht genau, wie viel Munition man hat auch, ne? Doch, das siehst du doch da, links unten. Bei mir nicht? Hä? Da hast du QE, ne, und da stehen ja Zahlen rechts davon. Ach cool, man kann doch was mit QE deployen. Was ist das denn? Was kann man denn hier hinsetzen? Ähm, du kannst zum Beispiel... Ich hatte jetzt gerade eine Rauchgranate und hier so ein Wurfmesser oder sowas. Hier ist so ein Rucksack. Ja, da kannst du dich heilen. Ah, geil. Wir müssen das Ding hier zumachen. So reparieren? Helft mir mal. Probierst du reparieren. Ich glaube, das D noch, die Animation, das ist auch ein Hintergrund. Ja, Mann. Oh, nein. Oh, wie viele Zombies da sind. Wir müssen zum Frontwurf. Der ging zwischen die Augen. Okay. Was ist das, Punkt A? So, hab wieder ein paar Bretter mitgenommen. Aber die sind nach oben. Echt? Hm. Boah, scheiße, Alter. Wie viele sind das? Enger fürs League. Enger fürs League. Müssen wir ihn holen. Nein. Steh weg hier. Scheiße, die haben mich von hinten gekriegt. Okay, ich muss sie abhauen. Probier Enger fürs zu kriegen. Komm mal auf. Helft mir, helft mir. Ja, ich bin dabei. Was? Der ist nicht tot? Verdammt. Alter, jetzt blick ich gleich auf. Also weiter geht's. Nein, ich liege. Ich liege. Kannst du draufschießen? Oh nein. Mach daneben. Verdammt, ey. So, wieso? Ich liege direkt hier aber Enger fest. Wir liegen beide nebeneinander auf dem Boden. Toto. Ja, ich bin hier draußen mit den Zombies. Toto, wir brauchen eine Hilfe. Dann schaffen wir das nicht. Man muss sich trennen von denen. Und zusammen. Wenn wir umfallen, müssen wir alle da hin. Ach du Scheiße, Gerrit. Du musst hier runter. Ich bin gleich tot. Ach du Scheiße. Was ist denn da unten? Oh nein. Ich glaube, da gehen wir drauf. Da wird der Waller aber zu mir auf flachgelegt. Ja, leider. Ich habe keine Mulsion. Nein. Ich gehe hier weg. Ich sterbe hier im Moment. Ja, du sponsern aber wieder neu. Ach echt? Ja. Okay, ich bin ja nicht wirklich gestorben. Ah, guck mal. Das war es. Ich kann zuschauen. Ach so, cool. Und eine Minute dann respawne ich wieder. Und wenn alle draufgehen, ist es vorbei. Okay, Enger ist es wieder hochgekommen. Wir hätten ja das eng gemacht. Ja, ja, das wieder da. Oh Gott. Toto, da kommt wieder hoch. Das Tor ist zu. Das Tor ist offen. Oh Gott. Untertitelung im Auftrag des WDR Ich brauche Bretter, ich brauche Bretter. Ja, Mann! Auf der Treppe stehen muss ja eigentlich gut sein, für Kopfschneider. Guck mal, hier an der Treppe können wir die richtig schöne... Katsch! Topf ab! Da kommen so viele Leute. Ja, ein bisschen Tor zu machen. Müssen wir die Tore alle schließen eigentlich? Da sind neue Flanken, da ist ein Spritzer dabei. Ne, lass näher rangehen. Weil ich Einzelschüsse am besten, ne, immer auf den Kopf rum. Gerrit! Gerrit! Vorsicht! Hinter dir! Kann ich nicht alle nehmen. War bei mir eben auch ein Darstellungsfehler, ich hab dieses... das gar nicht gesehen. Äh, das ist, äh, hart. Deswegen auch die Frage. Ach, Punkt, der liegt da. Scheiße, drei Schuss nochmal. Okay, Schitte. Okay, Schitte. Chemicals, was kann ich damit machen? Das freu ich nicht. Kann man auch noch rausfinden. Ich muss doch irgendwo Muni geben, Leute. Okay, wir brauchen Hilfe, der Enger braucht Hilfe, Leute. Sollen wir uns doch mal sammeln? Komm mal zu dir, Gerrit. Ich selber marsch. Ne, ich rette dich. Ich schläge. Scheiße, ich komm von allen Seiten. Ich muss irgendwie von oben ran. Komm zu dir, ich komm zu dir, Mann. Scheiße. Rechts, links, die sind überall. Nein! Foto, ich schaff das nicht alleine im Tor. Probier den zu rescuen, ich lenke die ab. So, da sind einige down gegangen. Hier hab ich die Muni da. Super, 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 gut. Ich komm zu euch gelaufen. Okay. Die sind Mohrenjagd. Oh, oh. Ich hab gleich wieder keine Muni mehr, Leute. Die kommen gefährlich nach. Wir müssen uns ein bisschen absprechen am besten. Schönen Gerrit. Okay, drauf. Mach du die Barrikanen. Wir machen das. Okay, ich hab auch noch besser. Okay, ich hab welche noch. Scheiße. Ja, Mann, ist zu. Scheiße, kein Schuss mehr. Verdammtes. Scheiß, stimmt. Boah, ist ein geiles Game, Alter. Ja, ne? Hammer. Das ist simpel. Und ganz anders als die vorherigen Walking Dead, natürlich. Ja. Da gab's mit Tay-Tay. Ja. 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 Da gab ja mehrere Walking Dead-Spiels. Von Tay-Tay feier ich ja übelst ab, die Serie. Ne? Die ist ja super atmosphärisch und so, mit der Storyline und so. Dann gab's noch so ein paar andere noch, die sind echt unter dem Radar verschwunden. Die waren dann eher Billo. Die Mobile Game gab's ja auch. Okay, genau. Ich komm mal mit rein. Ja, Mann, ist zu. Oh mein Gott, ey. Wir haben's geschafft. Wird die Munition eigentlich immer nachgeliefert? Ja. Sehr praktisch. Kommen die her. Die bringt der Governor, oder? Der Governor, der Augenklapper. Bälle 3. Oh Gott, ne. Überhaupt nicht. Wie krieg ich eigentlich Bandagen? Wieso krieg ich die? Äh, oben. Oben. Im Garten. Da ist eine Kiste mit Bandagen. Verdammt. Okay, das sind durch hinten. Ich weiß nicht, wo der Garten ist, oder? Oben hier im, äh... Ah, hier. Sind das die? Ja. Ah, ne. Jetzt hab ich keine Bandagen bekommen, leider. Oh Gott, die sind oben hier auch. So. Die andere Seite war letztens in Bandagen. Kann ich das hier nicht zu machen, oder? Jetzt kommen schon die Soldaten. Hinten das Tor ist auch trotzdem offen. Oh fuck. Verdammt. Gibt es eigentlich eine Maximalanzahl an Zombies, oder so? Oder nur Durchhalte? Keine Ahnung. Nur Time Remaining eigentlich, ne? Ne, der ist auch schon gepanzert hier, diese Soldaten. Oh Gott, alle Toren sind offen. All gates are open. Close at least one gate. In einer Minute. Wir müssen uns sammeln. Toll, ich hab keinen Hellspack gefunden, verdammt. Und der Engel liegt. Rettest du den Grad? Ne, Gerrit. Ich krieg's selber. Oh Gott. Oh Gott. Das ist mies. Ich geh alle auf das B-Tor auf. Scheiße von hinten. Von hinten, von innen. Steh, steh, steh. Okay, ich mach das Tor zu. Dann müssen wir Feuerschutz geben. Verdammt, Gerrit. Verdammt, Gerrit. Verdammt, Gerrit. Verdammt, Gerrit. Verdammt, der Scheiße, Mann. Verdammt, der Scheiße, Mann. Leute, schnell schießen, schnell schießen. Mit allem, was ihr habt. Ich mach das Tor zu, ich mach das Tor, egal, das passiert. Nummer 1, repariert. Oh Gott. Wurde angespuckt. Das ist mein Ende. Liege. Oh nein. Alter. Nicht leicht, ne? Puh. Ja. Familie hat eine Horde zu unseren Garten. Es wird alles, was wir haben, um das zu überleben zu können. Wir müssen, welche Gefahren wir können. Und sicher, dass nichts durch die Garten geht. Geht, alle. Geht! Und weiter geht's. Neue Runde Neues Glück, sozusagen. So, hier können wir über die Stacheldrahte platzieren. Hör, hier konnten wir doch vorher welchen platzieren. Ich seh grad auch Köln. Ja, jetzt geht's. Hinten. Ah, jetzt. Zack. So. Erstmal vorbereiten wieder, die neue Runde. So schnell wie geht. Und, äh, wir müssen uns unbedingt Munition holen. Geht ihn gar nicht in den Stacheldraht, wa? Weg mal Muni holen. Man hat da am Anfang nicht so viel, Leute. 435. Letzt auch? 8 Sekunden noch. Ah, das lohnt sich also nicht. Man kann nur auf 70 Schuss. Okay, ich verstehe. 18 ist Maximum. Die Bretter enthol ich mir schnell noch. Hinten. Hinten durch, ich so hin. Komm da hin. Ich hab keine Bretter im Moment, Jungs. Einer muss kommen und die zumachen. Komm das schaffen wir jetzt besser, hat sie jetzt. Kann einer zumachen? Ich mach Feuer ab. Ich bombe die Wecken jetzt, ne? Ich hab einen Hand gemacht. Genau, macht ihr Ziele und ich schieß die ab. Ich hab keins. Geh holen. Steht einer los, schnell. Ja. Da fehlt nur eins. Ich hab leider kein Brett. Ja. Sehr schön. Okay, du hast zu. Ich bin tot. Das war super. Können wir hier noch irgendwas platzieren? Jetzt Mini holen. Weg. Okay, und jetzt alle zum Fronttor. Man kann doch nicht unendlich lange laufen. Das muss man auch mal sagen. Die nehmen da ein paar Planks mit. Oh, ich hatte doch welche. Ja, Haupttor. Ich mach zu. Ich auch. Okay, ich brauch Planken. Ich hab ja auch keine mehr. Ich halte hier. Holst du? Oder solchen? Oh fuck, die sind hier oben auch schon drinnen. Sehr schön, Leute. So muss es laufen. Das war nicht gut. Schnell direkt klankholen und Muni. Okay, die Alley hier vorne. Da sind die. Ich kann mich in der Karte halten. Ja, Muni. Ich muss Muni holen irgendwo. Oh, Muni. Na vorne. Ja, Tor A. Tor A wird befallen. Müssen wir alle zur Tor A. Das ist wirklich so. Oh, nicht ins Badezimmer. Hinter, hinter dir. Okay, let's go. Das schaffen wir. Ben da. Oh. Weg geschossen. Geht klar. Noch Planken. Überriere, ich geh noch. Super. Mega gut. Ich habe auch noch jede Menge Planken dabei. Oh. Tobi, Tobi. Kommt die alle da hin? Boah, der Schwanz bitter oder so, so wichtiger, boah, ekelhaftes Schwein. So, ich habe Nummer eins repariert. Nummer zwei. Okay, Leute, jetzt ist das interessant. Okay, nächste Platte. Ich habe keine Planken mehr. Ja, Mann. Okay, super nice. Okay, Planken und Muni holen. Ich habe keine Muni, ich habe nicht viel Muni. Wann? Ich habe schlecht. Das war richtig gut, Jungs. Gut, ah. Nice. Ich bin am Nachladen, Freunde. Also, ich finde, das ist schon action-heitlich, das Game, aber richtig nach. Okay, noch eine Plankte. Ich gehe hin, ich gehe hin, ich gebe mir Schutz. Oh nein, ich habe keine Planks, das kann doch sein. Ah, ich sehe nichts. Ah, shit. Ich habe mich angekackt. Ich gehe schnell Planks holen. Die schöne Bretter, damit wir das verbarrikadieren können, Freunde. Ich muss ja schon sagen, das Game wird gut abkommen. Der krabbelt hier. Heilige Scheiße. Okay, Gerrit. Toto, alle bereit? Dann jetzt ein Hua. Au. Okay. Ja. Nummer 1 steht. Okay. Nummer 2, 3. Stehen auch mit der Planke noch. Okay, kommen wir. Und C wird auch angriffen. Müssen wir schnell schließen. Okay, rüber. Renn in Richtung. Holt schnell Planken, Jungs. Ach du Scheiße. Bei Punkt A. Ich hält das gerade im Schacht. Geht, mach dem Planken zu. Ich habe keine. Okay, Gerrit, du musst halten. Ich hole Planken. Das haben wir richtig gut gemacht bisher. Tausendmal besser als eben. Von hinten kommen sie. Okay, wir sind tot. Geht mal zu. Need more ammo. Du? Ich brauche dringend Munition. Ich habe nichts mehr. Von hinten? Verdammt. Da vorne. Tor B. Wir haben keine Planken. 2 Stück. Ich komme. Wir müssen da alle hin. Ich weiß auch, die Zombies in der Höhe sind. Immer zu den Toren rüber. Und weil die anderen auf den Weg ausmerzen. Glaube ich, oder? Ich habe auch ein paar Planks. Dann haben wir von hinten. Okay. Sehr gut, Mann. Ich brauche dran. Ja. Nein, verdammt. Jungs, vor allem. Wir haben einen Moment. Zugemacht. Okay. 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 Okay, das war richtig solide, ey. Der funkt da eigentlich die ganze Zeit zu uns. Keine Ahnung. Jetzt sollen wir nur noch die Letzten nehmen. Was zur Hölle? D, Tor B. Horde. Okay, die Horde kommt. Das ist schön. Tor A. Oh, du Scheiße. Pass auf, lass uns A to A zumachen erstmal. Okay, komm, schnell. Plank jetzt ran? Ja. Im Mittel. Komm schon. Ja, Mann. Fuck, keine Planken. Uli. Scheiß auf die, die da dran sind. Scheiß auf die. Scheiß auf die. Lass das Ding zu machen. Okay, es geht. Ich muss die Planke dran machen. Fuck, nein. Boah, sehr geil. Ich hab Glück mal hinter euch. Scheiß auf die. Jetzt zur Horde. Ich bin zu C. Ich bin zu C müssen wir reparieren erstmal, Jungs. Ach du Scheiße. Das wird so richtig übel. Das ist ja geil. Komm, wir schaffen jetzt. Durch, falsch. Durch, falsch. Ja, Mann. Geil. Sehr schön. Okay, ich hab keine Planks, glaube ich. Nein, 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 nein. Achtung, hinter uns. Oh, ich hab welche. Nummer eins steht. Nummer eins steht. Nummer zwei steht auch. noch zwei weitere Planken. Hat jemand dabei? Nein. Oh Gott, eine Planke fehlt noch. Die Gänne. Cool, die. Eine die Stellung Männer. Ach du Scheiße, es ist kack. Oh Gott, bei dem einen Tor sind sie auch wieder durchgebrochen. Oh Gott, die kommen auch von hinten jetzt, Jungs. Haben die das wieder zerstört, was wir da hingebaut haben. Okay, ich mache Hilfe. Am Tor, schnell. Oh Gott. Ich fliege, nein. Nein, ich auch. Ich auch. Oh Gott, das ist so knapp. Alter, ihr könnt doch nicht reparieren. Wir willst nicht reparieren. Okay, ich glaube, das war's. Gerrit, muss nur überleben. Seid ihr alle tot? Nee. Wir liegen am Boden. Dann wirst du Gerrit, gell? Wir müssen Kraft konzentrieren und den Toto jetzt holen. Komm, ich... Oh nein, ich muss nachladen. So ne Scheiße, ey. Okay, Toto hoch. Okay, Toto haben wir. Ja, ich wie Weile. Okay, ist oben. Und jetzt zum Tor. So zu uns sehen. Komm, lass das zu machen. Haben wir angebaut. Oh nein, jetzt bitte, jetzt bitte. Scheiße, scheiße. Fliege. Oh Gott, ich bin kurz vor Tod. Ich hab Arsch. Nein. Ich glaub, das war's. Ja. Nee, das können das nicht sein. Komm. Fliege. Okay, pass auf. Probier euch zu holen. Funktion. Sehr gut. Jetzt komm ich von hinten. Ich kann das nicht so angreifen. Ah, Mann. Hinter dir, Wallet. Nein. So, down, down. Verdammte Scheiße, Mann. Ganz viele... Nein, nein, ich lege gleich. Oh, ich renne weg. Alter, zu krass. Okay, ich hab die kurze entfernt. Wie lange kann ich noch durchhalten? Ah, ja. Sieben Sekunden nur noch. Verdammt. Wie kommen denn nach Haus? Ich kämpfe mich durch, aber... Einer ist auch nicht am Start, leider. Oh, da waren zu viele. Oh, Gott. Seid ihr tot? Ja. Liegt ihr noch nicht, leider? 50 Sekunden. Ja, klar. Ich schalte. Ja, lauf weg, oder weiß nicht was. Nee, nee, ich gucke mich zu holen. Oh, Gott, von hinten. Ah, das Ding steht auch wieder, der... Der... Jarman. Verdammt, ey. Ich hab so viele getötet von denen. Ja, da komm ich mir wieder nach. Ich probier den Toto anzureißen, ihm zu helfen, na. Komm schon, mach den Scheiß noch klar jetzt. Mach du mir jetzt schnell. Oh Gott. Dieses Scheiß noch mal. Jawohl, Toto. Toto ist zu. Toto ist zu. Das erfordert. Boah, Alter, wie du dich... Toto, ich hol dich. Okay, komm. Und die ID ab, ich hol dich hoch. Ja, mein, geil. Danke. Okay, Toto ist zu. Oh Gott, ey. Ach, da... Wir haben das gerade noch gewissen. Oh, was hier abgeht, ey. Heilige Scheiße. Jetzt lad doch mal nach. Was macht der denn da? Wenn man läuft, kann man nicht nachladen, oder was? Diese drei Schuss, die ich noch habe. Ich brauche die Muni. Okay, jetzt geht ab. Alter, Mann, Alter. Jo. Nein. Verdammtes Drecksflug. Oh, so ein Spritzer wieder. Ja, ich fliege. Ich fliege. Warte. Warte. Nein. Nein. Ja, stell, stell. Jungs, kommt hier hin. Zu uns, schnell. Hier liegen beide. Toto ist unsere letzte Hoffnung, dass wir es haben. Oh nein. Nein. Schieße, schieße, Gerd, schieße. Schieße, schieße, ich fliege du ganz. Ich kann nicht schießen. Kräft den Kopf nicht, verdammt. Oh Gott, keine Muni mehr. Was können wir noch schaffen? Boah, wie krank. Ja, Mann. Wir können das schaffen. Warrikadier, Bart. Ja, ich hab, ja, ich muss zum Krankenhosen. Rette dich, rette dich erst mal. Rette dich erst mal, Alter. Guck erst mal, dass du safe bist. Wenn wir die denn jetzt noch verlieren. Wir haben doch knapp drei Minuten oder sowas. Das ist der Toto. Ja, ist nicht mehr viel, aber ich brauche 21, bis ich wieder da bin. Das dauert noch. Guck, bei dir, Gerd? Ähm, 40, 45. Was ist sinnvoll, dass ich dann manchmal umbringen zu lassen? Nimm die andere Knappe, Toto, lieber. Damit kannst du mehr töten. Ach, oh schau. Alter, das ist richtig heftig. Aber wir können das schaffen, diesmal. Oh, wie ist es einer unter den Fingern juckt, wenn man nicht dabei ist? Du bist so ein Killerwahle, ein Killerwahle. Ja, genau. Danke dir. Oh, geht schon. Also, wie ist es krass, oder? Wie findet ihr das so? Gert'n jetzt. Bitte, 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 bitte. Gut. Ja, ja, Mann. Okay, nur noch Abschlacht. Ja, Mann. Ja, ganz schade. Alter, das war ja eine Action. Ich hab' ich auch, aber es war ziemlich nice. Boah, Leute, ey. Wir haben's überlebt. Also, ich nicht ganz, aber... Ey, da bin ich aber gespannt. Ja, war ziemlich geil. Also, echt ziemlich geiles Game, muss ich sagen. Boah, was für eine Action, ey. Boah. Ja, das war diese erste Runde, ey. Und jetzt... Stehen ja noch andere an. Ja, und wenn ihr die sehen wollt, ne? Daumen nach oben. Drei neue Missionen. Camp Morale, okay. Oh, Mann. Da bin ich ja mal gespannt auf die neue Mission.